Am Donnerstag, den 4. Mai, besetzten identitäre Aktivisten im Zuge des ÜH-Wahlkampfes das Dach der Universität Klagenfurt. Die ÜH sei ein Sammelbecken für linksextreme Nachwuchsideologen. Das Geld der Studenten wird von der ÜH für linke Propaganda zweckentfremdet, so die Aktivisten. Sie fordern unter anderem ein Verbot linksextremer Vorträge an der Universität, Lehre und Campuskultur mit einem positiven Bezug zu unserem Volk, Aufhebung des ÜH-Zwangsbeitrages sowie eine Entschuldigung der gesamten Universitätsverwaltung für den Corona-Wahn sowie eine Entschädigung für Ungeimpfte.